Ich wollte euch nur einmal ganz kurz Bescheid sagen, dass das Gameplay auf Filing Range leider ein bisschen laggt. Kommt in Zukunft nicht mehr vor. Ich habe etwas mit meinem Laptop ausprobiert, was leider nicht funktioniert hat. Ich wollte nämlich mein rohes Gameplay aufnehmen, also ohne Facecam, damit ich in Zukunft auch Montagen und so weiter bringen kann. Ich habe ja viele Kommentare gelesen, viele von euch wollen das sehen. Kommt auf jeden Fall in Zukunft, aber ich brauche erstmal einen neuen PC, damit ich das auch richtig bearbeiten kann und so weiter und so fort. Ich würde euch dieses Gameplay nicht zeigen, wenn ich nicht denken würde, dass es absolut wert ist. Also gönnt euch einfach und ich wünsche euch viel Spaß bei dem heutigen Video. Ey, für die snipe ich jetzt. Ich gehe mal lieber zu meinen Teammates. Oh, nice. Go on. Hitmarker, im Ernst? Nein. Nice, mein Sharp-Shutzen-Nest hat ihn so rausgesortet. Wow, gute Nacht. Oh, Digga, das Sharp-Shutzen-Nest ist so genial, man. Komm. Krieg nochmal. Durch da. Und ich spawn da immer noch. Komm raus. Schomi auf Gnaden los. Sehr schön. Noch ein Sharp-Shutzen-Nest. Das Geschütz erstmal hier hin. So, nachladen. Sharp-Shutzen-Nest raus. Mein Sharp-Shutzen-Nest macht hier gerade die ganze Arbeit. Komm her. Komm her. Oh, nice Sharp-Shutzen-Nest. Oh. Das hat mir jetzt so mal in den Arsch gerettet. Oh, nein, weg da. Spawnt jetzt. Ich sehe doch, dass wir da spawnen müssen. Wir haben sechs Gegner, aber ich sehe keinen. Strupe los. Sehr schön. Boah, wenn wir nur am Anfang auf Street geblieben wären, ne? Bro, die Shots sitzen gerade so hart, man. Raus hier. Oh, ich muss hier raus. Oh, nein. Nein. 56 zu 5. Was zum Teufel. Warum habe ich nur aufs Go-Bot geschaut? Hitmarker. Gar nicht nett. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nein. Schock mich nicht. Vielen Dank, Teammate. Bester Mann. Nicht, dass wir jetzt noch die Runde verlieren, Alter. Ist echt eng. Nice. Jetzt Schild am Start. Komm, Teammate. Save mich. Sehr schön. Komm, hol ihn. Hol ihn. Hol ihn. Auch noch mit Umid im Klaren Tag. Ehrenmann. Oh, nein. Ich habe den Colette gemisst. Komm her. Ist da noch irgendwas? Nein. Komm schon. Sehr schön. Oh, das sind gerade alle. Okay, jetzt machen wir raus damit. Komm. Nicht einsammeln. Nicht einsammeln, Teammates. Er sammelt einen. 66 zu 8. Was haben wir mit denen angestellt? Ich weiß, die Streaks sind komplett ausgerastet. Aber Leute, das war einfach nur krank, was hier gerade abging. Schau mal. Der Shot war heftig. Auf Wiedersehen. Boah. Das war Hardcore, Leute. So, es kam mir jetzt wieder ein neuer Sniper-Patch raus. Und zwar wurde die Outlaw nochmal besser gemacht. Die SDM, glaube ich, auch ein bisschen. Und die Koschka auch. Einfach geil. Wirklich. Ich habe ich gehört, mein Freund. Die anderen kommen jetzt von der Seite. Haben wir hier den richtigen Engel? Oder könnte es hier ein bisschen schwierig werden? Komm her. Oh. Wieder Spawn-Flip. Schön auf die andere Seite. Unsere Chance. Ja, natürlich. Jetzt komm. Push mich. Ich weiß nicht, du willst nicht pushen. Ah. Nächstes Mal vielleicht. Mich kann ich erstmal nicht healen für acht Jahre. Ah, da ist das schon wieder. So, endlich kann ich mich healen. So, her mit der Muni. Gönnt euch Teammates. Alles für das Team. Ah, okay. Korrekt. Ich spawn immer noch da hinten. Wiedersehen. Okay. Spawn-Flip auf die andere Seite. Aber real quick. Kommen die hier nach oben? Kommen wir hier nach oben. Kommt schon. Was? Jetzt aber. Läuft hier durch. Okay. Läuft hier durch. Wiedersehen. Einer kommt wieder Mitte. Einer kommt oben ins Window. Oh. Drei Headshots. Wunderschön. Drohengeschwader. Raus damit. Einmal Leben für die Teammates. Und Scharfschützen lässt auch raus damit. Nicht verfügbar. Gegen meinen Drohengeschwader oder was? Ach, egal. Gnadenlos. Sehr schön. Oh, die Sniper sieht gerade wunderschön aus. Auf Wiedersehen, mein Freund. Schieß mir nie wieder in den Rücken, okay? Da ist oben noch einer. Komm, zeig dich. Oh, Headshot Machine, Leute. Wie ich gesagt habe. Wiedersehen, mein Freund. So. Vorne geht noch ein bisschen Party. Nein, Mann. Warum müssen mich Spezialisten so oft kurz einfach stoppen? Wiedersehen. Nicht von hinten kommen. So. Wiedersehen. Komm, Peak. Erde. Weg mit dem Schild. Dreckspezialisten. Oh, das wollte ich gar nicht. Blatt nach. Oh. Komm. Sehr schön. Hier hin. Gönn dir Geschütz. Auch hier. Komm raus hier. Sehr schön. Auf der anderen Seite. Okay, er leckt rum. Wie, keine Ahnung was. Was macht mein Geschütz überhaupt? Es hat gar nichts gemacht. Richtig. Oh, fand ich Hellstorm. Ganz schwierig. Weg hier. Okay, korrekt. Endlich macht mal meine Streak einen Kill. Oh, noch einen Kill? Ist heute Weihnachten oder was? Gute Nacht. Was? Schießt du jetzt nicht auf einmal? Wiedersehen. Da steht noch einer. Komm her. Spawn die hier? Okay, schade leider nicht. Zeig dich. Da war aber noch einer. Andere Seite. Wiedersehen. Oh. Ich wollte gerade meinen Crash einsetzen. Und dann macht er es. Er ist ein Bruder. Oh, komm her. Oh, auf Wiedersehen. Ja, und dann holt mich eine Hellstorm. Ich habe den Crash eingesetzt, obwohl ich schon 200 Leben hatte. Ehre für meine Teammates. Und die spielen das Rett echt gut, Alter. Kuss geht raus von meinen Mates. Komm her. Oh. Hitmarker natürlich. Aber ist auch hochgesprungen wie so ein kleines Kaninchen. Ja, endlich, Alter. Taktikmaske funktioniert. Nein. Leute, wie konnte ich nur so böse missen, Alter. Go, go. Go, go. Nein. Nein. Bro, ich habe gar nicht merkt, dass ich überhaupt eine scheiß Colette gemacht habe. Will hier noch irgendjemand? Oh. Keine Ahnung, was das war, aber okay. Wiedersehen. Oh. Oh, Sekunde. Gone. Leider nicht. Okay. Hey. Was machst du denn da? Wiedersehen. Kommt hier noch irgendjemand? Wiedersehen.